Die Universitätsbibliothek Braunschweig ist zentraler Informationsversorger für die Technische Universität und der Forschungsregion Braunschweig. Die Kinder- und Jugendbuchsammlung der Universitätsbibliothek umfasst zurzeit mehr als 28.000 Bände. Kern hiervon ist die Sammlung von Hobrecker, die mit mehr als 4.000 Bänden eine der größten Sammlungen historischer Kinder- und Jugendliteratur im deutschsprachigen Raum darstellt. Seit Anfang der 2000er Jahre wurden bereits mehr als 1.000 Bände digitalisiert und auf dem Publikationsserver der TU Braunschweig in Form von Volltexten im PDF-Format und Images im JPEG mit bis zu 300 DPI, teils mit Texterkennung im Open Access zur Verfügung gestellt. Der Zugriff auf die Digitalisate wird über die ORI-PMH-Schnittstelle gewährleistet. Die Metadaten liegen als XML im METZ-MODS-Format vor. Ein besonderes Highlight sind 15 Ausklappbücher in Videoform. Schon mehrfach waren die Kinder- und Jugendbücher Gegenstand von Forschungsprojekten, was lässt sich vor allem aus den Bilderbüchern machen oder mit den historischen Kinderbuchtexten. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Ideen.